made by the community Hallihallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Star Citizen. Heute mit dem Concept Sail der C-8E Pisces von Anvil Aerospace. Die Pisces ist das Snapship der Anvil Aerospace Carrack und wurde am ersten Tag der Intergalactic Aerospace Expo am 24. November 2019 der Öffentlichkeit vorgestellt. Ich nehme an, der Concept Sail dauert auf jeden Fall die Zeit, die die Intergalactic Aerospace andauert, aber wahrscheinlich auch noch darüber hinaus. Wie immer beginnen wir mit den grundsätzlichen Spezifikationen, der Anvil Pisces. Dadurch, dass sie wie schon erwähnt das Snapship der Carrack ist und somit mit jeder Carrack mitgeliefert wird, ist sie natürlich nicht besonders groß, da sie in den Hangar der Carrack passen muss. Sie ist 12 Meter lang, 10,30 Meter breit und 3,30 Meter hoch, angesiedelt in der Schiffsklasse Small. Es gibt zwei Versionen der Pisces, die C-8 Pisces, das ist die normale Version, die eben mit einer Carrack mitgeliefert wird standardmäßig und die C-8X Pisces Expedition. Beide Versionen sind aktuell schon flight-ready. Solltet ihr eine Carrack besitzen, so besitzt ihr jetzt auch aktuell eine C-8 Pisces und könnt diese im Spiel schon ausprobieren. Eine C-8X Pisces könnt ihr euch im Shop aktuell kaufen. Zu den Preisen kommen wir gleich. Der Unterschied zwischen den beiden Versionen ist eigentlich hauptsächlich die Bemalung und die Bewaffnung. Die Bemalung, wie ihr hier sehen könnt bei der Standard C-8 Pisces, ist relativ schlicht in einem Grau gehalten. Die C-8X Pisces Expedition ist ursprünglich ein Produkt der Military Mobilization Initiative, zu der auch damals die Polaris von RSI vorgestellt wurde. Die C-8X sieht außen etwas mehr weiß aus, wie ihr hier auf einigen Bildern sehen könnt. Außerdem ist der Hauptunterschied, wie gesagt, die Bewaffnung. Die C-8 Pisces, die normale Version, hat zwei Size 1 Waffen vorne in der Nase und zwei Size 1 Raketen. Die C-8X Pisces Expedition kommt dagegen mit vier Size 1 Waffen und ebenfalls zwei Size 1 Raketen daher. Die sonstigen Komponenten sind eigentlich alle in der Größe Small angesiedelt. Wir haben zwei Main Thruster, die überragende Afterburner-Fähigkeiten haben, wie man hier sieht, und wir haben auch zwei Retro Thruster. Hinzu kommen vier fixe und acht bewegliche Manövertriebwerke, um eine möglichst gute Beweglichkeit der Pisces zu gewährleisten. Vom Verwendungszweck her haben die beiden Versionen keinen Unterschied. Wir haben Platz für einen Piloten, wir haben zwei Jump Seats mit an Bord für zwei weitere Crewmitglieder und wir haben Platz für vier Standard-Frachteinheiten. Bedeutet, die Pisces ist als privates Shuttle der Carrack zu verstehen, um Expeditionen auf Planeten Oberflächen zu führen oder eben einfach als Personenshuttle. Wie ihr sehen könnt, ist die Pisces auch eins der ersten Schiffe, die das neu überarbeitete hat, welches in der Gladius von Aegis Dynamics getestet wurde, übernommen hat. Im Sale ist aktuell tatsächlich nur eine der beiden Versionen direkt, nämlich die C8X Pisces Expedition. Dieses Standalone-Ship in der Warbond-Version der Intergalactic Aerospace Expo kostet 43,32 Euro aus Deutschland inklusive Mehrwertsteuer. Dafür erhaltet ihr die Anvil Pisces Expedition, den Selfland-Hangar und eine lebenslange Versicherung, da es sich natürlich um einen Warbond-Pledge handelt. Zur Erinnerung, Warbond-Pledges können nicht mit Store-Credits bezahlt werden und müssen mit frisch investiertem Geld bezahlt werden. Wenn ihr dieses Schiff nicht mit Frischgeld, sondern mit Store-Credits bezahlen wollt, gibt es natürlich ebenfalls eine Alternative für euch. Das Nicht-Warbond-Paket der Anvil Pisces Expedition inklusive Selfland-Hangar und der IAE, also Intergalactic Aerospace Expo Insurance, kostet 45 Store-Credit-Dollar. Übrigens ist die Intergalactic Aerospace Insurance dieses Jahr 10 volle Jahre lang. Das heißt, es ist mehr oder weniger eine Lifetime-Insurance, denn tatsächlich, dass man dieses Schiff bzw. das Spiel länger als 10 Jahre spielt, ist schon, ja, eine lange Zeit. Außerdem gibt es auch noch ein Warbond-Starter-Pak von der Anvil C8X Pisces Expedition. Bedeutet, ihr müsst es wieder mit frischem Geld kaufen. Dafür bekommt ihr aber neben dem Selfland-Hangar, dem Schiff selbst, einer lebenslangen Versicherung und dem Star Citizen Digital Download, also dem Spielzugang, den ihr tatsächlich braucht, um Star Citizen spielen zu können, 1000 United-Earth-Credits an Startgeld. Mit diesem Paket habt ihr eigentlich alles, was ihr braucht, um Star Citizen zu starten. Zusätzlich spart ihr hier bei diesem Sale nochmal 5 Euro ungefähr. Bedeutet, dieses Paket kostet aus Deutschland inklusive Mehrwertsteuer 59 Euro und 56 Cent. Tatsächlich ein recht guter Deal. Dann gibt es noch zwei Möglichkeiten, die ich euch auch nicht vorenthalten möchte. Zum einen gibt es die Möglichkeit, die Standard C8 Pisces, die bei jeder Carrack mit dabei ist, in eine C8X Pisces Expedition abzugraden. Das nennt sich hier Conversion Kit. Natürlich auch nur mit frischem Geld, also als Warbond zu haben und dann für 21,66 Euro aus Deutschland inklusive Mehrwertsteuer. Neben diesen ganzen Kaufmöglichkeiten habt ihr heute und wahrscheinlich auch nochmal am Ende der Intergalactic Aerospace Expo die Möglichkeit, die Anvil Carrack zu kaufen. Die Carrack ist leider noch nicht flugfertig. Sie wird es aber im Februar nächsten Jahres sein, ist also auch nicht mehr so lange hin. Und mit der Carrack bekommt ihr dann natürlich automatisch die C8 Pisces und auch ein RSI Ursa-Rover ist bei der Carrack automatisch mit dabei. Die Carrack hat leider eine Preiserhöhung erfahren und kostet jetzt 500 Stock Credit Dollar oder, wenn man sie mit frischem Geld kaufen möchte, 541 Euro und 45 Cent inklusive Mehrwertsteuer. Dafür bekommt ihr dann die Carrack, den VfG Industrial Hangar und eine 10-Jahres-Versicherung, die es jetzt eben zur Intergalactic Aerospace Expo gibt. Das ist die letzte Möglichkeit, im Prinzip in diesem Sale aktuell die C8 Pisces bzw. C8X Pisces zu erwerben. Es gibt noch ein weiteres Schiff, welches teurer geworden ist. Hat zwar mit diesem konzeptiell jetzt nichts zu tun, aber hier dreht es sich um die RSI Orion, die große Mining-Plattform von Robert Space Industries. Die kostete ganz ursprünglich mal 325 Dollar. Letztes Jahr ist sie schon auf 450 Dollar gestiegen und dieses Jahr kostet sie 575 Dollar. Und ich glaube, das ist auch lange noch nicht das Ende der Fahnenstange. Sie ist auch immerhin 370 Meter lang, glaube ich, mittlerweile diese riesige Mining-Plattform von RSI. Mining ist übrigens ein gutes Stichwort. Es gibt nämlich auch noch ein neues Mining-Schiff, welches entweder jetzt noch im Zuge der Intergalactic Aerospace Expo vorgestellt wird oder spätestens im Dezember, dazu hatten wir gestern auf der CitizenCon auch einiges Neues gehört, und zwar die Argo Mole. Die Mole ist ein mittleres Mining-Schiff für drei bis vier Personen, hat auch drei separate Mining-Laser, doppelte Frachtkapazität von der Prospector und ist entsprechend auch sehr interessant, werden wir uns aber natürlich in einem anderen konzeptiell Video anschauen. Das waren erstmal alle Informationen zur Anvil Aerospace Pisces. Ich persönlich finde es ein wahnsinnig gut gelungenes Shuttle. Endlich mal ein richtiges Shuttle-Schiff. Ich hoffe noch, man kann später den Frachtraum hinten auch noch gegen Sitze austauschen, gegen weitere Jumpseeds. Da könnte man nochmal vier Jumpseeds ohne Probleme reinkriegen. Dann hätten wir also den Piloten und insgesamt sechs Sitze und dann hätten wir auch mal ein vernünftiges Shuttle, um Leute zu großen Schiffen zu bringen, beziehungsweise von dort eben auf Planetenoberflächen zu bringen. Könnte ich mir auch tatsächlich für die 890 Jump ganz gut vorstellen. Ich finde also tatsächlich die Pisces sehr, 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 sehr gelungen. Vielen Dank Cloud Imperium dafür. Sagt mir mal gerne, was ihr dazu denkt und ich freue mich natürlich, wenn ihr bei einem der nächsten Videos wieder einschaltet. Bis dahin, wegtreten!